Welche sind die beiden natürlichen Zahlen, deren Summe 75 und deren Differenz 19 ergeben? Wir werden diese Aufgabe in den üblichen vier Etappen lösen. Erstens seien x und y die zwei gesuchten Zahlen. Im Schritt 2 erstellen wir das Gleichungssystem. Hier steht, dass die Summe der zwei Zahlen 75 ergibt, also x plus y gleich 75. Deren Differenz ergibt 19, also x minus y gleich 19. In Schritt 3 lösen wir dieses Gleichungssystem. Hier zum Beispiel, indem wir einfach die zwei Gleichungen addieren, wird y verschwinden. Wir erhalten x plus x, also 2 mal x, gleich 75 plus 19, also 94. Daraus schließen wir, dass x gleich 94 halbe sein muss, das heißt 47. Wenn wir diese zwei Gleichungen subtrahieren, wir ziehen also die zweite von der ersten ab, so wird x verschwinden und wir erhalten y minus minus y, also y plus y, das heißt 2 mal y, y gleich 75 minus 19, also 56. Demzufolge ist y gleich 28. In Schritt 4 beantworten wir die gestellte Frage mit einem Endsatz. Die zwei gesuchten Zahlen sind 47 und 28.